Willkommen zurück zu Dead Island, bald auf dem Kanal der Knalltüten. Ich bin immer noch Jahre 85 und ich hatte nach der letzten Folge letzte Woche, ja letzten Samstag ein kleinen Crash im Spiel gehabt. Somit stehe ich irgendwo in der Pampa und muss erstmal eine Übersicht machen, wo wir eigentlich stehen. Deswegen bleiben wir beim Hauptquest und machen den Tankstellen weiter. Wir hatten ja letztes Mal den Strom ausgeschalten und wir gucken mal, wie das jetzt hier doch irgendwie fort weiter geht. So, gucken wir auf die Karte. Wir sind hier oben. Du suchst die zwei Tankstellen, stimmt, das war ja unser Ziel. Das werden wir auch tun. Oh, hier ist einer ziemlich sauer. So, okay. Hier ist ein Auto, aber das Auto bringt uns jetzt erstmal nichts. So. Aber ich weiß nicht, was wir jetzt hier genau machen müssen. So. Komm ab. Auf jeden Fall ist jetzt die andere Tankstelle nicht bloß im Strom. Das heißt, wir müssen bestimmt noch mal zur Stromstelle fahren. Zur Stromstelle. Oh, nicht schlecht. Strom Tankstelle. Ah, hier ist doch so eine. Wir haben noch Level Up. Mensch, was haben wir denn doch alles? Überleben. Das klingt gut. Äh, erhalten Sie die Ausdauer, Verstärkung. Die Wahrscheinlichkeit, dass du die Aufmerksamkeit auf sich ziehst, ist größer. Ja, weil ich das ja unbedingt will. So, was haben wir hier? Erhöht die K.O. Zeit von Feinden, Fähigkeiten, Freunde zu rammen. Kritische Treffer. Oh, das ist gut, ja. Kritische Treffer klingt immer gut. So, und Dose? Alkohol. Wir haben Alkohol eingesammelt. Gut. Na dann. Und das Paket hier? Dass das mal irgendwie abgeben müssen. Ja, wir machen es einfach mal. Ölchen, was. Oh, immer nicht so. Das war eingebildet, was gehört. So, okay. Ein Saftpaket. Ist das jetzt ein Saftladen? Oh, Energy. Oh, wunderbar. Genau. Ja, vor allem Energy. Weiß was, das ist bestimmt eine bekannte Marke. Ich werde nicht sagen, dass ich das wohl meine. Au. Stuh. Oh, ja, 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 ja. So, dann fahren wir mal zur anderen Tankstelle. Warte, da kann man ja eine Markierung setzen. Da war wenigstens ein Streifen. Äh, Streifen, äh, Strich. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Hier unten leuchtet es. Schalter C-Raut. Ach, das ist die Tankstelle hier. Genau. Jetzt haben wir unsere Linie. Jetzt fahren wir zur Tankstelle mit unserem Strom wieder. Da haben wir dasselbe Spielchen ja nochmal. Wer weiß. Ups. Das Auto in Ruhe. Bitte schön. Gut. Also wieder eine lange Fahrt. Zombies um mich. Lieben. Puff. Andere Autos ran. Wunderbar. Da vorne. Oh yeah. Juhu. Voll ungenietet. Aber das tut ihnen eh nicht mehr weh, weil die sind ja schon tot. Aber Punkte bringen sie trotzdem. Dahinten ist immer noch das Quest. Wir heizen über die Berge der Insel. Liebe Berge der Insel. Oh, da lag noch einer. Huch. Oh, da stand noch welche. Huch. Da gibt es doch eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Geht doch. Ja, geht doch. Es geht. Es geht. So. Wie sind sie gleich da? War wieder da. Die Strecke ist immer letztes Mal schon gefahren. Aber vielleicht geht es auch schon der Letzte. So ungefähr. Wann ist das noch alles aus? So wie es aussieht. Sieht ist noch alles aus. So schön. So, wir fahren mal zurück. Aus. Na gut. Wir steigen. Wir steigen erst mal aus. So. Moin. So, äh. Was haben wir denn hier? Können wir jetzt hier rein ohne weiteres? Nein. Natürlich nicht. Das war da irgendwie mit dem hier reingehen. Ah, ist noch Strom. Ja, stimmt. Wir müssen den Strom wieder nach ausschalten. Hier hinten in der Bude war das doch. Ja, ne. Da hätten wir doch auch letztes Mal hier reingehen können. Was machen wir? Parken wir unser Auto um. Fahren da rein. Und ja, ja, ja. Nicht schlimm. Aber die Mutanten, die sind bestimmt wieder da. Deswegen nehmen wir uns mal das Fass mit. Und wir schmeißen die da mit. Hier ist einer. Lass dir gut schmecken. Oh, du Lennensau. Oh, ein Beil. Kommt das nicht mehr mit? Anstatt des Hammers nehmen wir ein Beil. Das finde ich nämlich... Oh, jetzt wird er die Tür aufknacken. Und... Au. Schulter auf. Schulter auf. Und noch einmal. Und... Hallo. Oho. Hattest du gern gebrüllt? Wo schau die Tür auf? So war das das letzte Mal auch. Das ist ja in dieser Müllik-Folge. Und das. Oho. Ich bin ein bisschen schnell hier. So, lassen wir da aufstehen. Ich bin schon wieder mal weg. Ich bin den hier... Ich bin da kaputt. Au. Ich bin mich nicht kaputt. Mal fast das. Typisch zum. Hopps und kick und... Oh. Ich habe den Messer getroffen. Ich will das Fass da hinten. Dann gib mal das Fass. Dann habe ich Fass. Das ist echt ungemütlich, wenn die mich hier abschießen. Ja, abtreten. Den Fass ist wirklich eine gute Idee. Weil den Fernkampfhaff oder so haben wir ja nicht. Dann schmeißen wir den einfach mal mit. Du Fässer. Oh. Da fällt mir ja der Arm ab. Da fällt mir ja der Arm ab. Und da beißt er mich einfach. Sag mal. Zombies sind schon komische Geschäfte. Taschenlampe an. Nein, das ist ja noch so einer. Oh. Was ist Kunst denn hier? Ich weiß nicht. Hm. Die Werkspanke überwieber war es mal nicht. Nein, nicht schon wieder so ein Großer. Der war das letzte Mal schon so hässlich. Hö. Ich glaube, ich soll mich nicht im Spiegel gucken. So, komm mal runter. Guck mal, das Fass dort. Das ist aber auch keine Energie, dass man jetzt sagen könnte, wir schmeißen ja Energie. Ja, wir schmeißen ja Energie hinzu. Tolle Antwort, Jaro. Pfeife. So, was haben wir hier? Oh. Alles kaputt bei uns. Ja, komm. Putschi, Putschi. Das war ja klar. Einmal Strom, immer Strom. Oh, wir haben unten mal der Ruscha freigeschalten. Schön. So, die Spielzeugung, die kam jetzt nicht von dem Zombie, denke ich mal. Oh, der kommt runter. Warte mal, warte mal, du Zombie. Wir nehmen erst mal eine neue Waffe mit. So. Am besten hätte die Uhr was tun. Zum Beispiel die hier. Ne, die durcht nicht, die ist kaputt. Toll. Nagelhammer. Hier ist ja alles kaputt. Hier macht die mit. Der Holzbrett ist schwacher, Nagelhammer. Na gut, 80 macht jemand Schaden. Das können wir gleich alles reparieren. Ich spring den an. Ja. Au. Wir gehen da hinten wieder durch. Vielleicht können wir das irgendwie so regeln. Genau reparieren. Aha. So, mein guter, jetzt. Gucken wir mal hin jetzt. Ja, das reparieren wir. Das ist ein bisschen kaputt. Das ist wieder ganz. Das nehmen wir nicht. Die Sichel, ja, die auf jeden Fall auch. Brauche ich heißen? Warte, ich gucke auf die Werte. Da einen Nagelhammer, aber der 100, das nehmen wir. Der ist noch ganz. So. So, Modifizieren tun wir jetzt nicht. Wir wollen ja eigentlich bloß den, 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 den Typen da hinten mal wegknallen. So, dann packen wir das hier rein. So, okay. Unsere Energie geht trotzdem flöten. Taschenlampe ist auch aus. Schalter geht an. Warte mal, bevor der hier kommt. Nimm du das mal, du. Und den Typen. Das bleibt mir wohl die ganze Zeit hier an dem Vieh hängen, oder wie? Dem fehlt jetzt ein arm. Armes, kleines Zombie. Ha, 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 jetzt. Keine Chance mehr. So, jetzt endlich Ruhe. Licht an. Und die Party mag beginnen. So, den Riegel, den nehmen wir weg. So, alles knurken, alles schick. So, ähm. Ihr löscht überall alles hier rein, müssen wir. Ah, wie kommen wir da rein? Da oben in dem Dach ist ein Loch. In dem Dach ist ein Loch, ja, doch, ist gut gut. Müssen wir mit dem Auto ranfahren. Komm, das machen wir. Jetzt kennen wir hier nichts mehr. Nichts als Gnade. So, wir fahren hier ran. Nett, wie wir sind. Toll. Komm, wir haben dazwischen. Ja, okay. Aussteigen. Schön durch die Fässer gepackt. Geglitscht. Jawoll. Wuhu. Äh. Ja, okay. So, jetzt wird es mir zumindest schon mal ein bisschen besser. Als das letzte Mal. A paar Türen. Die Kohle rausholen. Die Spinde quasi plundern. So, jetzt haben wir den Saftladen, ja. Das sollen wir ja nehmen. Und bringen das zum Ding. Moment, das machen wir ja. Geh weg. Alkohol. Ist ja wieder dabei. Huh. Gibt ganz viele Saftpakete. Der würde ja bloß, dass wir zwei bringen. Wenn wir jetzt mehr bringen würden. Ob das auch mehr Erfahrungen gibt. Ob wir das immer wieder abgeben können. Guck mal, wir nehmen erst mal den mit. Der glitzert schon. Vier können wir insgesamt mitbringen. Es werden auch noch die anderen angezeigt, dass wir die mitnehmen könnten. Machen wir das mal. Machen wir das mal. Sind wir heute endlich mal der Saftexpress. Schöne. 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 Wenn wir das endlich mal abschließen können. Ohne, dass wir hier wieder siebenmal herfahren müssen. Das ist auch öde. Meine Fahrtkünste sind heute wieder grandios. Auf der Insel des Schreckens der Hölle. Oh, ich bin an dem vorbeigefahren. Mensch. Ich verstehe nicht, ob ich mit den Füßen gefahren bin. Oh, gruselig. Das ist immer noch das Quest. Das hören wir uns irgendwann mal jetzt erst mal nicht. Ja, das hat noch zu tun. Es müsste aber fette Erfahrungen geben, weil es ist ja mal eine Hauptquest gewesen. Von daher. Wo müssen wir lang? Hier lang. Durch den Ton her, klar. Sonst, die sind immer noch platt. Platt, platt. Jetzt legst du die Tankstelle. Oh, hier müssen wir lang. Entschuldigung. Die Tankstelle am Leuchtturm. Die steht aber auch ungünstig. Wie kann man den Erfolg des Verkehrsstau nennen? Eine noch lustigere Namen als meine Videofolge heißen. Jetzt sind wir aber offenbar gleich da. Da hinten ist schon das Hotel. Die Horizonten zu sehen. Wir waren nichts. Wir haben nichts gemacht. Wir waren das nicht. Geh auf. Deesarm öffne dich. Genau. Äh. Wie weiß ich das jetzt eigentlich? Warum zeigt das plötzlich so zurück? Steig mal aus. Jetzt zeigt das plötzlich... Ach, was weiß ich denn? Ah, jetzt zeigt das hier rein. Ja, toll. Also die Angabe ist sehr ungenau. So, da hinten soll das hin? Hier soll das nicht hin. Hä? Wollte ich verarschen jetzt? Spiel, versuche Tankstelle und bringe zwei Getränkepacks zurück. Ist doch keine Tankstelle hier. Wollte ich mal gucken, wer will denn das eigentlich haben? So, Questgeber Sinamoy. Redet ihr mit abgeschlossen. Versuche die beiden Tankstellen und bringe zwei Getränkepacks zurück. Na, aber doch. Guck, wir reden mal mit diesem Synagogen-Typ da. Äh, warte mal, da war ja. Wir haben sie ja jetzt eigentlich zurückgebracht. Oder wenn wir das jetzt hier oben haben. Ja, ich hab da ein Zeug. Ja. Ja? Sollen Sie sich verarschen? Ich hab das Zeug auf dem Transporter. Aber warum ist denn auch das Fadenkreuz da? Meiner Meinung nach, dass die Dinger da hinkommen. Saftpaket. Saftpaket, oder? Das zeigt ja auch dorthin. Hier, nimm das. Ähm. Funktioniert ja echt gut. Da, nehmen wir Taschenlampe an. Ach so, die muss ich hier herstellen direkt. Oh. Sorry. Hab ich das nicht gecheckt. Oh, trotzdem. Da schaffen wir jetzt die Mission jetzt hier. So, und jetzt reden wir noch mit denen und schließen das endlich ab. Damit wir uns ja wieder anderen Aufgaben widmen können, als hier... Saftsäcke da hin und her zu schleppen. Ja, wir sind wieder da. Ja. Und hat noch Kohle. Und nochmal quatschen. Okay. Okay. In der Stadt gehen? Klar. Das müssen wir machen. Wir gehen zur Hoteltiefgarage. Das klingt ja interessant. Aber wie es dort aussieht, im Hotel oder auch wie der Truck aussieht, das seht ihr in der nächsten Folge von Dead Island. Euer Saft Express Jaro sagt Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.